Wir haben heute im Rat eine Anfrage zum Thema Fluglärm gestellt. Das ist in Düsseldorf nach wie vor ein sehr wichtiges Thema, weil viele Bürgerinnen und Bürger von dem Lärm betroffen sind. Wir haben gefragt, ob diese neue An- und Abflugverfahren hier angewendet werden, weil wir Sorge haben, dass insbesondere dieses Anflugverfahren möglicherweise eine zusätzliche Lärmbelastung darstellt, weil es niedriger geflogen wird einfach. Wir haben eine sehr lange Antwort erhalten, die aber leider eigentlich sehr nichtssagend ist. Also im Prinzip, man weiß es nicht. Und wir erwarten sehr deutlich, sowohl von der Verwaltung der Stadt Düsseldorf, die ja auch Miteigentümerin des Flughafens ist, als auch vom Flughafen selber, dass hier verlässliche Zahlen und Daten auf den Tisch gelegt werden.